Patrick, um Himmels Willen! Ich muss mit dir reden! Die ganze Zeit weißt du schon, aber mir hast du nichts gesagt! Es ist von ihm, gib's zu! Ich muss damit alleine klarkommen und ich weiß auch schon wie! Ich will nichts mehr haben davon! Ich will dieses Kind und ich lasse keine andere Möglichkeit zu! Hast du das verstanden? Ich hasse dich! Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Morgen, 19.45 Uhr bei RTL Plus.